Das Jahr 1833. Das britische Parlament schafft die Sklaverei ab. Die Universität Zürich wird aus der Taufe gehoben. In Spanien besteigt Isabella II. den Thron. Und die Firma Ferdinand von Hagen wird gegründet. Der Handwerksbetrieb stellt mit einer kleinen Belegschaft in Kronenberg, einem Stadtteil der heutigen Metropole Wuppertal, Scharniere und Beschläge her. Die Firma expandiert von Jahr zu Jahr. Um die Jahrhundertwende zieht das Unternehmen nach Vowinkel um. Noch heute der Sitz der Firma. 1912 fusioniert Ferdinand von Hagen mit der Remscheider Firma Koch. Der Name Hako Beschlag ist geboren. Das innovative Unternehmen heute. Im hochmodernen Konstruktionsbüro entwickeln Ingenieure exklusive Spezialbeschläge. Sie stehen für die Hako Firmenphilosophie. Wir erklären keine Probleme, wir lösen sie. Und das mit modernster Fertigungstechnik in Kombination mit einem Höchstmaß an Qualität und Sicherheit. Bei der Produktion der Beschläge und Scharniere werden ausschließlich hochwertige Rohmaterialien verarbeitet. Computergesteuerte Hightech-Systeme wie diese vollautomatische Stanze produzieren die exklusiven Einbauteile in nur einem Arbeitsgang. Ein Operator steuert den Hightech-Koloss per Knopfdruck. Hako ist ein unverzichtbarer Zulieferer. Für die Autoindustrie, die Bundesbahn, für Bau- und Landmaschinenhersteller, für die Anlagenbaubranche sowie für Fenster- und Türenhersteller. Bei Hako Beschlag stehen Fertigungsgüte und Flexibilität im Mittelpunkt. Rund 120 bestens ausgebildete Mitarbeiter unterschiedlichster Nationalitäten und Kulturkreise erarbeiten die Erfolge gemeinsam. Die Maxime von Hako – Präzision und Perfektion in jeder Produktionsphase. Wie hier an der hochmodernen CNC-gesteuerten Bolzenschweißmaschine. Firmenchef Bernd Bigge und Sohn Kai überzeugen sich durch regelmäßige Tests immer wieder persönlich von der Premiumqualität ihrer Produkte. Autokonzerne wie Ford vertrauen auf das Know-how, auf die Hightech-Maßarbeit aus Wuppertal. Sie schätzen es sehr, dass das moderne Wuppertaler Unternehmen bei den Qualitätstests nicht allein auf Computer vertraut, sondern zusätzlich auf die langjährige Erfahrung der Betriebsleitung. Hako Beschlag lässt alle notwendigen Spezialwerkzeuge in enger Kooperation mit Spezialfirmen herstellen. Die Wartung managt Hako selbst. Auch hier überlässt Firmenchef Bernd Bigge nichts dem Zufall. Das gilt auch für die Motivation der Mitarbeiter. Auch das Lager, in dem alle fertigen Produkte für die Industriekunden elektronisch verwaltet werden, stellt ein logistisches Meisterwerk dar. Hier landen nur Beschläge und Scharniere, die dem bei Hako typischen unverzichtbaren Qualitätslevel entsprechen. Im Vertrieb und in der kaufmännischen Abteilung laufen alle Fäden des höchst erfolgreichen Unternehmens zusammen. Hier managen die Mitarbeiter dieser Bereiche sämtliche Aufträge, von der Bestellung bis hin zum Transport. Doch Hako Beschlag ist weit mehr als nur ein wichtiger Arbeitgeber im Bergischen Land. Bernd Bigge und seinem Führungsteam liegen auch die Förderung von Sport und Kultur in der Region sehr am Herzen. Hako Beschlag unterstützt nicht nur Fußball und Handball, sondern auch die schönen Künste, wie zum Beispiel die Musik. Hako Beschlag, ein Unternehmen auf der Überholspur. Auf allen Verkehrswegen gehen die Qualitätsbeweg Produkte made in Wuppertal hinaus in die Welt. Hako Beschlag, eine Traditionsfirma, der die Zukunft gehört. Hako Beschlag, ein neues Verkehrswegen, das ist ein Angebot. Hako Beschlag, eine Tradition mit diesem Auftrag.